Audi hat den Diesel siegfähig gemacht, dann den Diesel-Einspritzer und nun die Spritfahrzeuge, also der R18 im letzten Jahr gewonnen, eine dramatische Jagd, auch im Diesel-Jahr, zwei der Autos hatten, das war eine wirkliche Schlacht an Sport, Schlacht gemacht, wie es gefahren ist, der sich jetzt aber, sagen wir mal, im Frühjahr bei der Karriere so sagt, jeder selber, in einem Alter von immer wieder fünf Jahren, aber auch, dass der Fahrrad-August, der sich jetzt auch wiederum anzutreten, für so und zwei Jahren versucht, Heimahnen haben sie sogar die Siege sehr durchbrechen können, Toyota kam in diesem Jahr, war ein Bein, aber in diesem Jahr mit der E-30, aber Audi war deutlich, wie stark, einfach auch zu schnell, eine Tochter mit Audi antreten. Allerdings Deutschland wird als Vensil-Hybrid-Auto, Audi wird wohl auch im nächsten Jahr aufwieselt sein. Und das liegt in diesem Jahr, soll ich nochmal sagen, trotz enormer technischer Einbremsung von Veranstaltungen, der schon geahnt hat, was da verschiedene weitere Spielwiesen haben, um Erfahrungen zusammen, die man dann für den Bau von sportlichen Autos von den Limousinen auch gebrauchen kann. BW unter allem in Amerika unterwegs, in der Amerikaner-Levon Service Afghans, was in deinem Kahn. Aber ich glaube, ihr habt keine Ahnung, die wir uns beenden, die wir uns zu verhörten,